Die Luft gehört denen, die sie atmen. Warum gehören denn die Seen nicht denen, die darin baden? Warum gehören denn die Wälder nicht denen, die darin spazieren gehen? Warum gehören denn die Rasenflächen nicht denen, die sie betreten? Warum gehören denn die Häuser nicht denen, die darin wohnen? Warum gehören die Fabriken nicht denen, die darin arbeiten? Warum gehören denn die Wälder nicht denen, die sie aufbauen? Warum gehören die Welt nicht denen, die in ihr leben? Warum gehören denn die Wälder nicht denen, die sie betreten?